Der Gemeinderat heisst die Geflüchteten, von wo auch immer sie herkommen, in der Stadt Bern willkommen. Zurzeit ist die Stadt und der Kanton intensiv daran, für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine gezielt und geordnet Unterstützungsangebote aufzubauen. Als Bildungs- und Sozialdirektorin bin ich im Moment zusammen mit meiner Direktion vor allem für zwei Bereiche zuständig. Zum einen für die Auszahlung der Asylsozialhilfe als finanzielle Unterstützung und zum anderen für den Schulbereich. Mir liegen die ukrainischen Kinder besonders am Herzen. Sie mussten unter traurigsten Umständen ihr Land und zum Teil auch ihre Väter verlassen. Bei uns in der Stadt sollen sie in den Schulen einen Ort finden, der ihnen etwas Ruhe bringt und wo sie gewissermassen wieder einen normalen Schulalltag erleben können. Wer ukrainische Kinder in der Stadt Bern zur Schule anmelden möchte, soll sich ans Schulamt der Stadt Bern wenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.